Und da werden Sie gleich hören, dass das Flughafendesaster demnächst ein höchst richterliches Nachspiel hat. Axel Walter. Martin Delius, der Vorsitzende des BER-Untersuchungsausschusses, hat Verfassungsklage gegen den Regierenden Bürgermeister Wovereit eingereicht. Dieser habe als Aufsichtsratschef der Flughafengesellschaft zwei Fragen einer parlamentarischen Anfrage inhaltlich nicht beantwortet. Ein solches Verhalten Wovereit sei mittlerweile alltäglich, kritisierte Delius. Nun sei das Maß aber voll. Die Klage ging heute beim Verfassungsgerichtshof ein. Bis zu einer Entscheidung wird ein halbes Jahr vergehen.